Herzlich willkommen am Fraunhofer IPMS. Mein Name ist Heinrich Krüger und ich freue mich, Sie hier zu einem Experiment begrüßen zu dürfen. Wir haben hier eine Probe eines uns unbekannten weißen Pulvers und wir möchten gerne wissen, welche Substanz sich hier dahinter verbirgt. Dazu lege ich diese Probe hier in das Licht einer Halogenlampe. Das reflektierte Licht wird vom Spektrometer aufgenommen und das Spektrum am Monitor dann dargestellt. Das Spektrometer erfasst die von der Probe zurückgestreuten Intensitäten und stellt sie auf dem Monitor dar. Im Spektralbereich von 1000 bis 1900 Nanometer im Nahinfraroten, einem Bereich, den wir Menschen mit dem Auge nicht sehen können, werden die Intensitäten hier dargestellt. Die verschiedenen Absorptionsbanden können mit verschiedenen chemischen Bindungen in der Probe korreliert werden. Kernstück unseres Spektrometers ist dieser MEMS-Chip, der in unserem Rheinraum gefertigt wird. Auf dem Chip ist ein bewegliches Gitter realisiert, das durch ETS-Verfahren hergestellt wird und das durch den elektromechanischen Antrieb aus der Ebene des Chips heraus gekippt werden kann. Durch diese Kippbewegung können wir im Spektrometer das Spektrum abscannen. Für die Auswertung werden, wie in der Spektroskopie üblich, die Spektren von Referenzsubstanzen eingemessen. Diese können dann mit dem gemessenen Spektrum verglichen werden. In unserem Fall ist mit dem bloßen Auge zu erkennen, dass die gemessene Kurve in orange mit der blauen Kurve, die des Feinzuckers, übereinstimmt, also unsere Probe, Feinzucker ist. Für quantitative Analysen sind natürlich anspruchsvolle mathematische Verfahren möglich, mit denen dann genaue Analysen durchgeführt werden können. Neben den weißen Pulvern, die in unserer täglichen Küche vorkommen, gibt es natürlich auch weiße Pulver, die durchaus gesundheitsschädlich sein können. Viele werden sich an den Melaminpulverskandal in Babynahrung in China erinnern. Wir am Fraunhofer IPMS arbeiten deshalb daran, Nah-Infrarotspektrometer so klein zu bauen, dass sie in künftige Generationen von Mobiltelefonen integriert werden können. Jeder wäre dann damit in der Lage, vor Ort Lebensmittelanalysen durchzuführen. Hier ist das kleinste Nah-Infrarotspektrometer zu sehen, was wir bisher gebaut haben. Es würde von seiner Größe bereits in Mobiltelefone passen. Parallel arbeiten wir am Fraunhofer IPMS an vereinfachten MEMS-Technologien und neuen Integrationskonzepten, um auch große Stückzahlen von Nah-Infrarotspektrometern kostengünstig fertigen zu können.